Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Ich bin's wieder, eure ThimbleTech und wie ihr seht haben wir wieder ein Spiel offen und zwar gewinne drei Spiele und das machen wir doch einfach mal. Ein letztes fehlt uns. Wir gehen in den Koop-Kenner. Auf geht's. Natürlich mit Rainer. So, wir spielen zusammen mit Kleiner, Keltas, Jaina und Valera. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es markett Sie sich mit dem Abo-Show, indem das «K hex ahh». So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir spielen gegen Varian, Abo-Tour, Asmodern, Komie und Lim Ming. Ich gehe nach unten und ich hoffe, es kommt, obwohl ich warte einfach und gehe dann irgendwo mit hin. Das ist einfacher. Dann gehe ich auch mal nach unten. Oh, leck. Hört sich gut an. Oh, leck. Oh, leck. Oh, leck. Oh, leck. Aber klar doch. Gehen wir ihnen Saus. Was muss? Das muss. Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen. Ein Held hat den Kampf verlassen. Was ist das für Verkossen? Wieso, ich muss wohl automatische Angriffe heilen nehmen. Dann hält das hier ist auch nicht gerade der tollste. Ich habe eine Fülle. Gegner getötet. Mein Gott sei Dank. Du hast keine Ahnung. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein überdrüssig. So, dann gehen wir da mal hin. Und dann halte ich mal in der Mitte mit. Nichts mehr auf. Geht in den Sautruf. Du kannst auf mich zählen. Geht in den Sautruf. So, ich muss schon mal wieder schlippen. Raider ist hart. Wollen wir sehen, wer mir dieses nur gemütlich ist? Oh Leute, spielt ihr mit? Oh fuck. Gebt Güte. Ihr, meine guterrungen Helden, mögen eure Gegner meinen Zorn spüren. So gefällt mir das. Voreingerissen. Verpassen wir Ihnen ein paar Länder. Das wurde Zeit, das ihr zurückkühlt. Das muss, das muss. Festung zerstört. Genug. Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Wer hat das? 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 Ich glaube nicht. Gut gemacht, wirst du zerstört. Doppelkehre. Blutrausch. Diese Söldner könnten... So, dann gehen wir mal wieder hier oben lang. Wir machen hier oben auch noch die Ready. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Diese Söldner könnten uns von Nutzen sein. Festung eingestampft. Das war aber brutal. Die Söldner könnten uns von Nutzen sein. Ich schätze, so was kommt vor. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal geliebt und zollt? Sehr gut. Gut getötet. Ein vortrefflicher Tum. Gegner getötet. Doppel. Dreifachchen. Sehr schön. So, wir sind wieder um 600 Gold reicher. Keine Quest mehr offen. Haben 31.620 Gold. Und werden uns jetzt einen Charakter kaufen. Wo ist er denn? Nein, tun wir nicht. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Thermal Tech. Bye, bye, little baddies.